Servus Leute, der Stream war am Anfang leider ein bisschen buggy, weshalb ich den Anfang weggeschnitten habe. Bedeutet, ich habe den Stream runtergeladen gehabt von Twitch, habe den Anfang weggeschnitten und deshalb sind wir da mehr oder weniger mittendrin. Aber das tut dem Ganzen leider auch nichts zur Sache. Ja, aber weil ich das festhalten wollte für YouTube und Blah, habe ich mir die Mühe gemacht, das heruntergeladen, nochmal irgendwo kurz durch Adobe Premiere durchgeschoben und wieder bei YouTube hochgeladen. Ich wünsche euch damit viel Spaß und haut rein, wir sehen uns beim nächsten Livestream. Den ich auf Juno gemacht habe, mit einem der, ähm, irgendeiner Fotze, Alter. Du meinst, das ist irgendeine Scheiße, aber hast du irgendwie Dunk-Memes oder so? Nein, ich habe es geschafft, dass ein Mädchen einfach während ihrem Streams die Goebbels-Rede anmacht. Ich habe kein klar, was das ist, aber okay. Digger, die Goebbels-Rede, du Idiot. Ja, was soll das sein? Das ist eine Geschichte überhaupt, Alter. Wollt ihr den totalen Krieg? Das ist die Goebbels-Rede. Das sagt mir also rein gar nichts. Als ob, Junge, Hitler. Hatten wir nicht. Ey, komm, Junge, als ob ihr das nicht hattet. Nein, hatten wir nicht, wir sind immer noch beim Ersten Weltkrieg. Ja, moinsen, Alter, das hatte ich in der Realschule. Ja, wie gesagt, Raiyad oder so beim Ersten Weltkrieg. Haha, you fool! Wollt, was geht da jetzt rein, Alter? Mit meiner Ulti, Junge. War da gerade jetzt wirklich One-Hit, Alter? Der ist hier unten. Oh. Ich kann dir aber einen Buff geben. Oh, warte, der ist gerade Indizible. Und das war es mit dem Buff. Was für Buff war das eigentlich nochmal? War das... Äh... Achso, unsere Nachkaufgeschwindigkeit wird erhöht und die von Nahen fallen und verlangsamt. Ja, das wäre voll fresh eigentlich. Ja, das habe ich gerade schon gemacht. Aber ich bin halt erst Stufe 4 oder so. Trotzdem Box ich dir voll aus dem Baul, what the fuck. Der ist schon leicht peinlich. Aua, ich werde angegriffen. Aua. This will hurt. Oder nicht, wenn man dodged. Ich habe keine Energie. Ich auch nicht mehr. Aber er ist ungeboxt. Und du auch. Ja, der hat mir so Kinnhacken gegeben. Ich konnte mich auserreichen. So weißt du. So klatsch. Normalerweise, normalerweise, ich schwöre, ich schwöre, Alter, ich hätte den kaputt geboxt, aber weißt du, ich habe nicht aufgepasst. Und dann, weißt du, da ist so richtig ho an so einem, so Kinnhacken, Alter. Sag einfach leise, du hast Respektschille kassiert. Ja, ist doch Respektschille für die Eltern kassieren. Ist doch 0815. So, normalerweise, so reden die so, wenn du irgendwo mit denen, so die begegnest oder so. Morscherisch, Fick, deine Mutter und so, Alter, wenn du dann, keine Ahnung, neben deren Eltern bist oder so. Ja, wie geht's ihnen? Zentren und Elf, ne? Ja, ist halt echt immer so. Das hatte ich wirklich mal so, Alter, das war in der Grundschule bei mir, ne? Da, da, es ist, ich macht daraus kein Geheimnis, ich wurde in der Grundschule gemobbt, ne? Haha. Deswegen hat ich auch Kinder. Kinder sind eklig. Das sind sie so oder so, egal ob sie dich möbben oder nicht. Und, na ja, ne? Äh, wo war ich jetzt? Ach so, ich wurde ja, äh, gemobbt und so, bla bla bla, ne? Und da war halt ein Typ, der mit, äh, meine Mutter hatte mit seiner Mutter Kontakt, ne? Und wir kannten uns halt auch schon vorher, ne? Und das Lustige ist einfach, in der Schule, ne? Beleidigt er mich und so alles? Und, keine Ahnung, der hat mich auch einmal geschlagen, glaub ich. Und dann, ne, wenn wir zum Beispiel unsere Mütter, äh, so, und wir halt dabei sind, ne? Hätte er richtig brav die Schnauze, Alter. Ich dachte mir nur so, du kleiner Hohansohn, Alter. Hui! Hui! Ich hab einfach so'n Grappling-Hook. Damit kann ich die Gegner zubeziehen oder ich mich wegziehen. So geil. Ja, du playst dann, der ist einfach ihre Ult. Dann ist sie mit Invitz-Bild-Start, das bekommt einfach kein Schaden und hot damage as fuck. Ja. Ich heiße nicht, Tano. Chef, ich heiße Chef. Du bist ein Tano. Jetzt hat's mal. Chef. Ich heiße Chef, Alter. Nein, nix Chef, Alter. Chef. Ja, Chef. Wie der Boss. Ja. Nein. Nein, Mann. Kennst du nicht die Werbung, Alter? Hä? Diese komplett alte Werbung, wo so'n Typ, so, keine Ahnung, so in mehrere Zimmern geht, Alter. Da voll die aufgegeilten Weiber sind, die anscheinend im letzten Nacht richtig viel Spaß hatten, Alter. Der seine Sache, seine Klamotten da abholt, sich nach und nach anzieht, Alter, rausgeht. Und die sagen, tschüss, Marc. Und der Chef, ich heiße Chef. Nein, kenn ich nicht. Junge, du sagst, ich, ich sende Link, ne? Ich sende jetzt einen YouTube-Link. Alter, verpiss dich mal. Nein, Mann, Alter. Treff.18.de Na, das kenne ich definitiv nicht. Na, das ist schon so eine Wende, das wäre, ne? Ich musste aber eben kurz in Ruhe oder so besuchen. Und hier wird, teilweise starten. Leck mich am Arsch. Jeff, ich heiße Jeff. Junge, 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 Alter. Hier, ich sende dir das jetzt der Privat-PN, Alter. Okay, das sei jetzt doppelt gemoppelt. Per PN, Junge. Ich habe dir das jetzt bei Discord per PN gesendet. Diesen verfickten Link, Alter. Und den guckst du dir jetzt an, Alter. Äh, nö. Oh, lol, wir sind mitten im Match. Nö. Ich bin nur eben kurz auf eine Föderation gegangen. Ich bin im Hänger, also. Weil ich hier einmal kurz mit den Hosen reden muss, um in der Story weiterzukommen. Da muss man da nicht sagen. Wie kann ich eigentlich von meinem Charakter meine Farbe ändern, Alter? Hinten, wo du auch deine Ausrüstung änderst. Oh, echt? Ja. Und das hat man eigentlich sofort frei. Äh. Wie zum Fix euch ein Haukomm, Alter. Lass mich gerade nicht da wieder hier die Scheiße hochschampen. Kann ich nicht einfach rausgehen? Ja, doch, klar. Dann gehe ich jetzt raus, ändere meine Farbe. Dann lädt sie mich nochmal ein und dann werden die Missionsstatus über den Missionsstatus und fertig. Neuigkeiten. Guckt Warframe auf Twitch für Gratisbeute. Ja, sicher. Ja, aber hast du das dann auch gekennzeichnet, dass es ein Warframe-äh, Dings ist? Ja, habe ich. Okay, dann. Wo ändert man denn hier seine Farbe, Alter? Aussehen. Ach, beim Arsenal? Ja. Also, Modus wählen. What? Nein. Verlassen. Du gehst, wenn du ganz vor der Cockpit stehst, einfach du geradeaus durch und da ist das komische Ding da. Ja, Arsenal, oder nicht? Ja, und dann gehst du da auf dein Tenno und gehst auf Aussehen. Ich habe hier nur, wenn ich jetzt unter Arsenal gehe, habe ich hier nur direkt Excalibur, MK1, Haris. Sag ich doch, Excalibur. Excalibur, Aussehen. Junge, wer hat dir ins Hirn geschissen? Alter. Genial, aber cool. Ich kann trotzdem nichts nehmen, Alter. So, Primärwürffarbe. Ja, war ja klar, Alter. Schwarz ist natürlich nicht frei. Ja, der Grund, warum ich es hier gekauft habe. Geschweigen, habe ich gerade sogar ja nochmal das bekommen. Ich habe ja, also es gibt ja diese Farbplanetten. Und da hatte ich mir ja klassisch gesättigt geholt. Darunter hat man so etwas ähnliches wie schwarz schon. Und jetzt habe ich einfach vorhin beim Stream zuschauen Rauchfarben bekommen. Bedeutet, von weiß in schwarz alle Töne. Mann. Boah, voll rassistisch, Alter. Was du denn weißt, hast du auch nicht. Hä, doch. Nein. Ah ja, auch nicht wirklich. Du hast nur die mittleren Töne. Black Lives Matter, Alter. Und Pink gibt's auch nicht, Alter. Junge, 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 das Spiel ist von Rassismus geplagt, ja. Menschenskinder, Alter. Da will man lustig sein, Alter, und das geht nicht. Sekundärfarbe. Jeff, ich heiße Jeff. Ja, ich heiße nochmal. Helft. ich habe jetzt energie auf rot gemacht ja das ist dann wenn du zum beispiel kanalisiert oder dann in spells die haben dann rote tönung auf maß geschneidert erfolg und ist denn eine skander es ist jahm da erst jahm dana ich habe hier excalibur helms gehen animations set verzehrung sian dana und würde zeichen das ist ja in dana sind so praktisch kates aber davon hast du im regelfall erstmal nichts reifers das recht habe nichts frei ich würde gerne aber einen skin besitzen aber ein to pleite for this ich habe fünfzehn cent reich das aus nein schüttelt alter nicht stehen die süßigkeiten ich habe nämlich nicht mehr naja ich habe alles schon aufgegessen hat er wie so ein fett sack alter wo kann ich nochmal gucken wann ich meine meisterschaft machen kann das siehst du wenn du es kate rückt an dem blauen balken aber kannst du noch lange nicht bestimmt Prozent Prozent an dem blauen balken ich bin bei der Hälfte geht ja noch voll alter meint sich kriegt das heute voll klar bestimmt wenn du ein bisschen aktiv zockst ja das heißt ja ein bisschen aktiv alter während wir den stream dadurch passen alter geht das schon voll fett alter ich bin gleich auf jeden fall mal grillen da habe ich eine längere Pause ich bin jetzt im bisschen klinik nicht ich bin dein Vater alter wo warst du so lange Daddy alles klar auch hoch 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 ist fertig gebaut ha ha abholen warte mal heißt das dann nicht dass du mir noch ein paar geschenke schuldes aber das war ja du 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 Ceres. Wo ist Druckpunkt da, ist Druckpunkt. Venus. Zur Erde. Venusbrücke. Werte irgendeine Mod durch Fusion auf Rang 2 oder höher auf. Oder besiege drei Eximus und besiege drei Eximus Gegner auf der Erde. Das ist Eximus. Eximus sind so verstärkte Gegner. Ja, dann muss ich eine Mod durch Fusion auf Rang 2 oder höher aufwerten. Ja, schaust du locker. Und diese drei Eximus Gegner auf der Erde vernichten, Alter. Easy peasy, trust me. Ja, damit ich die Venus freischalte. Was packe ich denn jetzt rein hier? Packe ich reichbar drin? Jaja. What? Raserei. Beschädigt, alles nur beschädigt. Korrekt. Korrekt. Schaden. Am Mod. Installiert der Mod. So, so, so. Oh, Johnny. Mit einem. Wie du dann gleich einmal aus, ne? Bis dahin. Fuck it, Alter. Fusion. Achso, du machst gerade das. Okay, äh. So, motherfuckers. Jetzt geh ich zurück und equip dieses Scheiß aus dem Raus. Ich requeste jetzt selber einen Song. Song Request. Ja, aber wo kann ich diese Dings, Alter? Ah, okay. Dies ist eine Einzelspielermission, die alleine absolviert werden muss. Du wirst deine derzeitige Gruppe verlassen, wenn du sie starten. Äh, wenn du sie jetzt startest, bist du bereit. Soll ich machen, oder ne? Oder sollen wir wieder überleben? Bevor wir dann überleben machen, würde ich vielleicht dann einfach mal eine Missionsreihe weitermachen, um eure Überleben freizuschalten. Dann mach ich meine, du machst deine. Okay, dann machen wir da mal eben. Wobei, ich bin noch Low Level, bedeutet ich geh trotzdem nochmal auf Mars und mach, äh, Viber. Weiter. Ich muss jetzt die Venusbrücke freischalten. Die Venusbrücke, Alter. Ich bin gerade erst beim Saturn angekommen. Ja, moins. Besiege drei Eximus-Gegner auf der Erde. Alter, wie kommen... Wo finde ich die? Die sind einfach da. Einfach durch die Gegend laufen und kaputt machen. Alles durchschnetzeln, was ich will. So in etwa. Okay, wer hat mir jetzt geschrien... Okay, wer hat mir jetzt geschrien... Wow, ich hatte gerade ganze 1 FPS, Alter. Krass der Scheiße. Krass der Scheiße. Bam, 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 bam. Ich klatsch mit die Scheiße. Ich habe da einen als Der Shed ist so leer. 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 Alter. Oh tschüss. Ein Gift mal vier. Von hier bläääää. Dahinten ist auch wer gestorben, aber der wurde wiederbelebt. Achso, Daisy. Drecksgüter, Alter. Halt mal hier die Fresse, ey. Nein, die Kyrokammer. Die verliert an Leben. Du ist der letzte Wichser. Tod. Fuck, Sackgasse. Oh yes, Sackgasse. Das bedeutet, ich muss da wieder komplett durch. Uiuiuiuiui. Rein geblit. Oh, plus 20% mehr Nahkampfschaden. Oh, das nenn mich rein, Junge. Damage ist key. Scanner. Scheiß auf die 10% Gritsch... Na, kann ich nicht. Scheiß auf die 10% Angriffsgeschwindigkeit, Alter. 15% Elektrizität, Alter. Auf meinem fucking... Knife. Knife. Es ist ein Knife. Ich will zum Ziel. Ich gehe zum Extraction Point. Dann nehmen wir mal... Borgen... Borgen... Nicht so gut. Excalibur... Verbesserung... Ich habe noch 3 frei. Fähigkeits-Dollar. Schildkapazität. Und tschüss. 40% mehr Schildkapazität, Alter. Ich habe 400. Tschüss. Prozent. 400%. Ja. Im Grunde genommen 520, wenn du so möchtest. Zwei unterschiedliche Mods. Oh... Holy Moly, Alter. Und... 560% Leben. Aye, Blit. Bleiben diese Pisse, Alter. Geh doch zum Extraction Point, die Huren. Ja, genau. Genau dadurch müssen wir jetzt nur. Alter, frag mich, äh... Warframe, Alter. Spiele gar nicht weiter. Frag mich der Random... Von, äh... Gestern? Vorgestern? Ob ich Lust habe auf ein Raid. Äh, auf jeden Fall. Nee. Äh, Arschfiek. Äh, du streamst ja gar nicht mehr. Ich streame? Doch. Bei mir ist es irgendwie... Geht das nicht weiter? Ah, Lel. Jetzt lädt's. Ah, okay. Ah, du bist gerade beim Überleben. Ja. Alter, jetzt geht's zum verfickten Extraction Point, ey. Äh, ich habe Seismischer Hand bekommen. Vielleicht nicht für... Ja, das war für Fäuste. Nee. Junge, Alter. Leismischer Hand. Ja, kann auch sein, dass das für Kickboxen ist. Ja, wahrscheinlich nicht. Was denn? Kickboxen ist doch auch mit Fäuste. Ja, aber... Ist aber immer noch Fäuste. Brechender Wind ist auch für Fäuste. Zuckung, Pistole, Schrot, Rechter, Rechter, Gewehr, Pistole, Warframe. Wow. Du hast drei Mitteilungen gehalten. Tenjin. Sternstaub. Sternstaub. Und Sternstaub. Kommt Sternstaub hergeschmissen durch Stream, Alter. Sternstaub. Sternstaub. Die beste Diät, die du machen kannst. Sternstaub. Sternstaub. Acht... Eh okay... Ja? Okay. Take off your jacket! What at hell? Man's not hot! Man can never be hot! The fuck? That was the hell, big shock! Ah, äh, kleine Randinfo. Ich glaub, das, was du, äh, das, was ihr jetzt in der Gamergruppe schreiben würdet, ne, das werde ich nicht sehen können. Da mein Handy sich so denkt, so, nö, nö, warum soll ich bitteschön aufladen, ne, also, ich werde jetzt mal das Aufladen disablen und noch nicht mal durch die Powerbank laden, du kleiner Hurensohn, Alter. Du denkst mir dann so, ja, auf, hm. Ja, ne, gefickt. Ja, okay, warum, warum nicht, ne, also, du bist zwei Hurensohn, aber, ne, ich mein ja nur, ne. Oh, weißt du was, Alter, ich werde jetzt mal endlich mal nach drei Jahren, Alter, wieder meinen Smurf anpacken, Alter, bei League of Legends. One Spoo T3 You Nico, der räudige Hund ist einfach offline gegangen. Der nicht mal reagiert auf meine Chatnachrichten. Selbst in Discord. G steht für Gönnen, Alter. Wat'n Penner. Man's noch hot. Warum hab ich mich bei Warfare nicht Hernandez genannt, Alter? Weil du? Das wäre viel lustiger gewesen. Doch, man, Alter. Hernandez. Man's noch hot. Wenn hab ich überhaupt an Champions, Alter. Available Champions. Oh, junge, 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 Alter. Ich habe nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Champions, Alter. Ho, ho, ho. Ja, se. Ja, dann spielen wir mal Draft Pick. Ja, am besten Blind Pick. Dann machen, markieren wir schon mal Topos Lanus. Alter, nein, nein, ne? Anscheinend habe ich auf meinem Smurf ein fucking Low-Priority-Cue. Okay, okay. Da guckt der Herr Nandes, was noch alles im Shop bei Steam ist, Alter. Ja, und ich beende jetzt den Stream. Stream. Ja, dann Stream. Aber ich bedanke mich für's Zuschauen und sage, hause rein und bis zum nächsten Mal.